Türöffnend. Hinterdisziplinär. Effizient. Eigenpräsentation online. Sehr einzigartig. Ich bin ziemlich blind in diesen Workshop reingegangen und gehe mit vielen, vielen neuen Ideen und Input raus. Ich bin froh dabei gewesen zu sein. Also den Workshop selber fand ich super, weil es einfach mal wieder ein Blick von einer anderen Seite auf mich selber und auf mein Unternehmen war und ich habe da für mich sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe mir da doch einige Teile ganz besonders rausgenommen. Also war wirklich eine sehr spannende und interessante Geschichte. Schön, wenn so etwas mal wieder stattfinden kann. Ich werde mich nach diesem Workshop nochmal ganz intensiv mit meiner Persona auseinandersetzen, genau auf meine Zielgruppe hinschauen und natürlich auch die Positionierung, wo ich mich in der Welt der Hochzeitsplaner empfinde. Die Umsetzung der Neuerungen meiner Website, also die Außenwirkung von mir selber. Informationen über Facebook, Instagram und Co. Also auch da habe ich schon einige sehr gute Tipps versucht mit umzusetzen. Auch da zum Beispiel Videos mehr einzubauen. Wir müssen nicht für alles alleine kämpfen und genauso wie wir Experten sind für die Hochzeitsplanung und unsere Expertise anbieten, gibt es für die Einzelbereiche in unserem Business auch Experten. Auf dieses Know-how sollten wir auch zugreifen und Leistungen in Anspruch nehmen. Mach einfach und wart nicht auf irgendwas, sondern mach einfach. Zum Beispiel die bessere Vernetzung mit Partnern oder auch mit Wedding Plannerinnen, mit denen ich noch nicht zusammenarbeite. Also gerade so diese Vernetzung habe ich sehr gut empfunden und war für mich so ein besonderer Input. Ich finde die Initiative extrem cool, gerade in Zeiten wie diesen, wo man vor so vielen Herausforderungen und Veränderungen steht. Und hier zu unterstützen mit gerade, also auch mit dem Zusammenbringen von eben Branche, wie es jetzt bei den Wedding Plannern war und einer zweiten Branche, nämlich den Kreativen, finde ich einen genialen Ansatz. Wir haben in Kleingruppen gearbeitet und das Arbeiten in Kleingruppen war dann auch total hilfreich, glaube ich, für die Unternehmen ein bisschen mit ihren eigenen Ideen zu kommen und die Ideen auch untereinander vor allem auszutauschen. Das war locker genug und trotzdem strukturiert genug für alle, dass sie einen Mehrwert herausziehen konnten. Da ist sehr viel Arbeit damit verbunden, sich sowas einmal durchzudenken. Das ist nicht banal, das macht man eben nicht in einer Stunde. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist ein Weg bis zum Kontakt reduzieren. Und das, glaube ich, hat man heute so ein bisschen. Und insofern, das hat so viel Spaß gemacht. Das war so nett. Ich will gleich nochmal heiraten. Ich muss das mit einem anderen sagen.